Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute ist mal wieder richtig nice das Wetter und es gibt ja YouTuber, die haben sich einen Pool hingestellt und sind vom Trampolin in den Pool reingesprungen. Leider haben wir nicht so einen großen Pool, aber wir werden unseren Pool aufs Trampolin raufstellen und mal gucken, was wir heute für nice Sprünge machen. Let's go! Das ist der Pool und ich würde sagen, den werden wir jetzt mal auffumpen, stimmt's? Okay. So Leute, ich würde sagen, wir sind fertig und jetzt kommt der Pool aufs Trampolin und du bist da dran mit Wasser bepüllen. So Chrissy, geht's los? Ja, ich würde sagen, schaut euch das an. Ich habe einfach gerade so einen kleinen Stöpsel gebaut, weil wir keinen mehr hatten, aus Alufolie. Aber erfinderisch macht Not. Ne, Not macht erfinderisch. So rum. Jo! Okay Chrissy, was am Arsch! Okay Winnie, was am Arsch! So Leute, wir haben den Pool mit Wasser befüllt, der ist richtig voll und das Trampolin ist noch ganz schön durchgebogen. Und ich würde sagen, geht's los, ne? Ja, ich springe auf jeden Fall als erstes rein. Leider hinterher. Jo! Wow! See! Oh, der ist ja geil! Ekremi! Oh, der ist ja nicht wirklich super! Oh, der ist ja geil! Das ist ja geil! Oh, der ist ja geil! Ich will noch Wasser haben! Okay! Oh! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020